Musik Ich bin natürlich sehr dankbar für den Titel der Veranstaltung des heutigen Abends. Wir werden sozusagen dieses komische Image der Verbotspartei heute Abend direkt als Brandopfer auf dem Grill opfern. So haben auch viele, die normalerweise keine Bratmusse essen, weil sie auch sagen, man weiß ja nicht, was da drin ist, gesehen. Aha, keine Pöberküsse, keine Zaubertricks und mit Liebe, Herz und Hand frisch für sie zubereitet. Mit Liebe, mit Liebe, mit Liebe, wie heißt sie nochmal? King of Laos. Und dann mache ich hier, die ist jetzt ein bisschen schlapp, das ist ja dann mehr so eine Schnürsenkel. Das ist mehr dann so für die, die nicht so eine dicke Wurst wollen. Genau, eine faire Menge. Es gibt halt kleine und größere bei mir, das gibt nicht für jeden dasselbe, das geht auch ein bisschen danach, jeden nach seinen Bedürfnissen. Gutes Handwerk, das ist ganz perfekt, absolut perfekt. Wenn man nämlich eigentlich so konservativ ist wie ich, dann möchte man immer nur die Bratwurst, mit der man aufgewachsen ist, also ohne Majoran. Das war jetzt eine, die ganz anders geschmeckt hat und ich muss sagen, fast so zum Verlieben. Auch wenn ich kein totaler Fleisch-Fan bin, aber das ist schon sehr spannend. Gutes Handwerk, ich kann das jetzt auch, das ist großartig.